Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faktenvideo auf diesem Kanal. Heute geht es um Zane Julien, Nindruid, Titaninja und Meister des Eises. Bei Zane handelt es sich um ein Nindruid, also ein Wort, welches sich aus den Wörtern Ninja und Andruid zusammensetzt. Jedoch gab es im Laufe der Serie einige Dinge, die somit keinen Sinn machen. So braucht Zane in Staffel 14 zum Beispiel einen Taucheranzug mit Atemmaske, obwohl er in Staffel 3 ohne einen Raumanzug in den Weltraum kann und sogar erwähnt wird, dass er als Nindruid keinen Sauerstoff braucht. Außerdem ist es unlogisch, dass er nie herausfand, dass er ein Nindruid ist, da er bestimmt die Klappe in seinem Bauch hätte entdecken müssen. Außerdem wird er in die Vereinigung der Schlangen von Skullidor gewirkt und bekommt hierbei keine Luft, was so gesehen eigentlich auch keinen Sinn macht. Nachdem Zane sich in Staffel 3 heldenhaft opferte, um das Ultraböse zu besiegen, baut er sich selbst wieder als Titaninja zusammen. So veränderten sich zum Beispiel seine Augen, die blau wurden, und eben seine Haut, die jetzt aus Titan besteht. Ab Staffel 8 ist er in der Lage, zwischen einer menschlichen und der Titanen Version zu wechseln. Der Name Zane kann für Jungs, aber auch für Mädchen verwendet werden, stammt in der weiblichen Version als Form von Susanna aus dem Lettischen und in der männlichen Version aus dem Englischen mit einer unbekannten Bedeutung. Obwohl Zane Teil des Ninja-Teams war, war er schon mal deren Feind. In Staffel 11 wurde er von Wex so manipuliert, dass er zum Eiskaiser wurde. Später gelang es Lloyd allerdings, seine Erinnerungen als Teil des Teams wiederherzustellen. In fast jeder Staffel wurde Zane in irgendeiner Art und Weise beschädigt. Im Staffel 1 Finale konnte man zum Beispiel sein Nindruidenauge sehen, nachdem das Menschliche beschädigt worden war. In Staffel 3 zerstörte er sich selbst, um die Stadt und seine Freunde zu retten. In Staffel 5 spielte sein Sprachmodul verrückt und ließ ihn erst rückwärts und später wie ein Piraten sprechen. In Staffel 6 wurde Pixel von Narakan aus seinem Kopf gelöscht, was dazu führte, dass Zane sich wünschte, dass alles verschwindet und er landete in der Djinn-Klinge. In Staffel 7 wurde er von den Meistern der Zeit beschädigt, erholte sich aber nach einiger Zeit wieder. In Staffel 8 verlor er einen Kampf gegen Mr. E, der ihn ziemlich kaputt in der Wüste zurückließ und eine Falle in seinem Körper platzierte. In Staffel 11 verlor er seine Erinnerungen durch Wex, Manipulationen bei der Datenübertragung in sein Mech und wurde zum Eiskaiser. In der 12. Staffel zapfte der Mechaniker seine Energie ab, um ein Portal nach Prime Empire zu öffnen, was Zane vorübergehend schwächte. Zuletzt wurde Zane in Staffel 15 beim Kampf gegen die Krieger des Ultrabösen beschädigt und musste von Cyrus Borg wieder zusammengeflickt werden. Zu Zanes Familie gehören sein Vater bzw. Erbauer Dr. Julian, der Falke und Echo Zane, sein Bruder. Zane führt eine Beziehung mit dem weiblichen Indroiden Pixel, die später die Rolle des Samurai X übernahm. So teilt er in Staffel 3 sein Herz, also seine Energiequelle, mit ihr, damit er das Leben retten konnte. In Staffel 4 wird Pixel zwar zerstört, aber Zane steckt sich ihre Festplatte in den Hinterkopf, sodass die beiden für immer vereint sind. Zumindest bis Staffel 7 bzw. 8, als sich Pixel als Samurai X einen neuen Körper schafft. Das war's dann auch schon mit den 7 Fakten über Zane. Solltet ihr noch mehr über den Charakter wissen wollen, so könnt ihr uns gerne im Wiki einen Besuch abstatten. Wir hoffen, die Fakten haben euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017